hey was geht hier ist crunchy und willkommen zu einer neuen folge von little nightmares 2 letzte folge sind wir hier stehen geblieben und ich würde sagen wir gehen mal weiter obwohl ich gar keinen bock habe weil ich weiß die puppen bewegen sich alle wenn es dunkel ist wir können da hochgehen was haben wir hier hier ist es ruhig ich frage mich nur wieso sich einige puppen bewegen und die anderen nicht vielleicht haben einige eine seele und die anderen sind einfach nur puppen oder die sind noch nicht fertig ok hier oben scheint es nichts zu geben ok speichern sehr schön können wir da rein ok anscheinend nicht wow 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 krass 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 und das game steigert sich von jedem level zu miet level ordentlich zu sagen der will uns wir können das irgendwie schaffen wir können das irgendwie schaffen das hier über übel asoziale ein ok nice 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 ja wir sind durch oh mein gott hier haben wir seife? wieso haben wir hier seife? ach so zum schmeißen ok wichtig oh nein oh nö ich hoffe die bewegen sich nicht aber wir brauchen glaube ich den um hochzukommen oder? ja wir können den nicht mal schieben ok wir müssen da irgendwie hochkommen aber oh nein wir müssen das licht ausschalten wir müssen das licht ausschalten und dann kommen die erst ja wir müssen den rauslocken oh mein gott wichtig boah die sind eigentlich schnell ey obwohl sie so einen langsamen eindruck machen jetzt können wir den verschieben nice der rollt schon weil nur ne tarnung bei dem ah jetzt ok sehr schön sehr schön oh mein gott ja was geht mit ihm ab hat er bock? hoffe nicht ja 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 ok ok wir müssen aufpassen wir müssen wir müssen ja guck mal wie schnell die laufen ey guck mal wie schnell die laufen ey ok ok auf und neus auf und neus auf auf wir auf auf an weg 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 ich ziehe weg hier ok wir haben hier hier nen Ball ok mit der Leiter können wir hochgehen müssen wir das aktivieren oder nicht ok Sicherung ist durchgebrannt nice jetzt haben wir die zweite aber wie kommen wir wieder raus ah so bitte die Tür geht auf oh mein Gott wichtig boah ich wollte nicht zu den komischen Typen reingehen wieder ich mein die Sicherung können wir jetzt nehmen ja 680 schon ja genau lauf 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 ja ich lauf erstmal gegen die gegen den Pfosten so aber ich habe vergessen hier die zweite Sicherung zu nehmen ok wir nehmen die mal mit hallo 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 ok ich wollte schon sagen ja bitte Tür zu machen bei dem Abteil boah das war ja übel schlimm mit der Taschenlampe ok rein da boah will ich da rein ich glaube nicht aber wir müssen rein ok ok okay oh ok oh ok 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 Wieder Taschenlampe-Action. Okay, ist aber sehr ruhig. Und keine Puppen. Oh nein, die Puppen sehe ich schon. Boah, ich höre etwas. Okay, wir können hier hochklettern. Okay, speichert automatisch. Wird er böse oder nicht? Ich hoffe mal nicht. Nein, nein, nein. Nein, die Hände. Hand, komm her. Das gibt es auf die Fresse. Das gibt es auf die Hände. Six, halte durch. Nein. Komm, steh auf, steh auf, steh auf. Ich spiel mal das jetzt mal über Zeit. Ich hoffe, die kommen nicht hoch, ey. Okay, Nummer eins. Okay, Nummer zwei. Lass mal das Rohr liegen. Und laufe einfach. Aber die sind auch so schnell. Okay, ich glaube, das. Baptist als bei uns. Und die haben mich nicht surrendert. Okay, ich ball régl. Gut, ich bin so. Boah, irgendwie kann man die bestimmt beide erschlagen. Okay, einer ist down. Ja, wir haben es geschafft, oh mein Gott. Boah, die kleinen scheiß Hände, ey. Wow, 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 was sind das denn für Masken? Boah, solche Masken hatten auch die Köche im Teil 1. Hier werden die also hergestellt. Krass. Okay, da ist jemand. Okay, wir schleichen mal. Jo, wie ist er? Ist es der, der die Monster macht? Okay, wir müssen da durch irgendwie. Okay, der macht komische Geräusche. Der sich auch fortbewegt. Was macht er da? Der macht echt die Monster. Der nimmt einfach das Bett hoch. Okay, aber ich würde sagen, ich beende mal die Folge. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Und wir sehen uns zur nächsten Folge. Haut rein. Ciao. Euer Crunchy. Ja, da ist es. Vielen Dank. Ja, da ist es.